Filmst du? Fotografierst du? Oder schreibst du eigentlich auf, was du erlebst? Wie sehe ich mich? Wie sehen mich die anderen? Bin ich in oder out? Du willst wissen, wo ich herkomme? Wichtiger ist doch, dass ich hier bin, oder? Wenn du schon alles über mich weißt? Dann brauchst du mich ja nicht kennenlernen. Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Bei mir ist der Tag. Ich werde dich jetzt mit dir žineln. Vielen Dank.